Scuttle-Puddle Scuttle-Puddle So, Scuttle-Puddle Zigsvaro, Scalista, Rise Ich hab schon wieder gewonnen, Scuttle-Puddle Ich weiß immer noch nicht, für welche kommt Scuttle-Puddle am besten, also in der Meta Vares ist gut damit, oh, weil man Level 9 erreichen kann, ne? I guess alle Komms, die Level 9 erreichen kann, sind gut damit Und Varus braucht 6 Blaster und Emblem Na gut, Fokus Rageblade, Statics, Crownguard, Rod, Glove 3 Gold, 7 Gold, 10 Gold Rageblade, Statics, Crownguard, Rod, Glove, Giantslayer, Chain 2, 4, 5, 10 Gold Poppy kaufen, verkaufen, damit die wieder im Pool sind Sunfy Slam Rageblade, Crownguard, Stoneblade, Giants Daedler Deal Chain, 6 Deal Chain, 6 So, 4 Gold, 12, 14, 15, nochmal 5 hab ich 20 Belt Chain Belt Chain Belt Chain Belt Chain, Stormwind, Warmox, Rakan Boah, ich will eigentlich nicht Sunfy Slammen Ab hier kommsschwimmen Sunfy Slammen ab hier kommss hört sich in einem fetten, fetten End an 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 9 9 9 10 11 10 9 10 10 10 10 11 12 11 12 13 15 15 15 15 Das ist fein, ne? Let's go, brode! Sammeln, ja. Let's go, brode. Slammeln wir auch gut, aber... Ich hab Rage-Shade-Bell-Chain. Okay, wie schlecht das... Ich muss... Ich muss Arc-Engel bauen, ne? Ach, Portal, ne? Ich muss Arc-Engel bauen. Morello... Morello, Statics... Ich muss Arc-Engel eigentlich bauen. Aber Rage spielt jetzt gerade besser, ne? Rage ist besser auf Cassio. Muss das bauen, glaub ich. Ah, fuck. Ich brauch Arc-Engel, ich hab 8 Portal. Wie lange. Oh mein Gott, egal. Fuck. Rageblade? Fuck. Nach dem Game muss ich ein Item-Build reißen, nachgucken. Oh, kann jetzt statics oder Rageblade werden? Das ist glaube ich okay. Flexibel, das Item-Build so, ob es Rageblade oder statics ist. Im Scuddle-Puddle müssen wir schnell 9 pushen. Jace fliegt raus, Late Game. Briar-Bobber. So, Einheiten suchen wir. Cassadin-Galio. Cassadin-Galio, ansonsten Bart. Cassadin-Galio, Chain-Loxon. Hup-Bart, 3 Gold oder nicht? Ich kann auf Bart einfach spielen. Ich kann auch auf Bart und Stadtkasse spielen. Sie können einfach die Magie überall verlassen. Dann kommen wir sicher auf Gold, ne? Mäßig auf Gold Nur kurz shellen, ich glaube Archangel ist eigentlich zu gut So Jetzt komm ich halt immer noch nicht auf Gold Fuck Fuck Stay shit Stay shit shit Steht eigentlich gut ne Kassel Tank D, Swing Tank D Bisschen aufgeteilt Nice, okay, Magic Pan haben wir auch Chain mit Protector's Vow für TAM Brialf, wir können die D-stacken So, Level Up, Zyndra rein Zyndra hat 6 rein Zyndra hat 6 rein Oh, die kick Damage Äh, kann ich Kann ich Rot Archangel Archangel oder Oh, das ist so scheiße Scheiße Is Ragebett bauen Is what it is Is what it is, leider Ragebett ist gut auf Kasse Aber Kassel 2 hinten oder so So, wie viele Pairs hab ich? Ein Pair hab ich Ich hab gar nichts Ey, Ladi Explosive 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 Okay, Ladi Kann man noch nichts benutzen Das ist zu viel Ne, Sinderkinder aus 6 X2 Ich hab eine Lüftung Move Ich hab ein Geed Protector's Vow Protector Emblem ist Spargel Rot Ja Kann auf jeden Fall 10 Und Schlake der Musik schon Rot Rot, 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 Rot Rot machen Und dann Ich hab Content üppig Rot machen Rot, Blast Component Spekt Spekt Oh Oh, ich darf Reforge auch nicht benutzen Ja, ich darf actually Reforge nicht benutzen F**k, Warte Scheiße F**k, my life Ist Level 7 schon F**k Eine Runde Eine Runde noch Dann hätte ich 7 gepusht Jetzt kostet halt nicht mehr so viel Gold 2, 4, 6, 7 Du in these rein Ich habe nur vergessen, wenn ich die Tariq hätte. Schade, man, hier hätte ich gelevelt. Es hätte mich noch nicht mal ein Gold gekostet. Letztendlich hat es mich zwei Gold gekostet. Fuck my life. Chain, Einheiten suche ich. Ich habe eigentlich alles. Wir suchen Tear, Protector's Vau, Rot, Tear-Rot. Vau, wenn ich Tarn hätte, wäre es richtig gut. Die Tarn ist gut. In Final Crown-Gott wäre Diana besser. No thank you. No thank you. No thank you. Oh, ein Galo halt. Bööö. Da steht ein Galo, ja? Ist mir ein Galo eigentlich. 6. Die Gegner sind ... Kalista. Hast du noch einen Karin? Easy. Kalista. 4, 1, 2, 3 ... Nächste Rund kriege ich nochmal, xp. 10, 10, 8 Gold zum Pre-Lay. Kalista. Das ist meine Gegner. Kalista. Varos Eshril, Kalista Varos Der ist Potential Rise Leider Ich bekomme 8 XP Plus 2 10, habe ich 4 8 8 XP zum Pre-Level Glaub ich Ich glaube irgendwo An die Forge Oh, Gale und Tarek Okay Oh, Gale und Tarek Oh, Gale und Tarek Oh, Gale und Tarek Das Tarek kann raus Wait, die haben alle schon Kalista 2 Oder was geht hier ab Was geht hier ab, Guys Kalista 2 Kalista 2 Die haben schon Kalista 2 Ja, wieder verkauft Und jetzt Ari muss raus Ich glaube ich habe Mensch gerade weggeraut Oh Going to Warte Was tut denn? Das war's. Die haben alle schon keine Liste Okay, müssen Remove of Briar benutzen gleich wieder Durch den Firenok gewinnen, umso, sorry Nami, nein, es ist fein, fein, fein Anwein, buddies, anwein Wow, let's go Let's go For me, thank you Das ist gar nicht so bad, mir fehlen Frontline Wunder ich's hier, nicht Portal Jace kann raus, ne? Jace kann raus von den Läufen I guess Jace kann raus Machina 9 pushen, Briar, kick BT, Portal Slash Remover, Remover here, Remover here Ja, es ist feiner Surely Surely it's fine Der beste Portal Unit ist Supporter Unit ist, hässlich scheiße Diana Unbedingt Diana finden Tier für Archangel Die ist auch gut für Dingens Okay, Rod, Archangel here Actually noch brauche ich Triple Remover Fuck my life Vielleicht wollen wir doch Tarm Vielleicht wollen wir doch Tarm Was fehlt dir, wollte ich gerade sagen, shit Was fehlt dir, wollte ich gerade sagen, shit So Rod, Archangel, let's gucken Archangel, Statics, Morello Archangel, Statics, fuck Archangel, Rage, Statics Und dann Morello muss auf Name einfach Das ist mal ein Item Build Ja Das ist mal ein Item Build Actually wir brauchen Jace zurück Merke ich gerade Wenn ich Briar spiele Oh Ich brauch Jace zurück, hässlich Ich brauch Jace zurück, hässlich Okay, Remover gleich auf Remover gleich auf dem da erstmal I guess Ich brauch Dianna einfach Ja, aber auch unbedingt Archangel Archangel statt Morello Morello auf Name Das ist fein It is what it is Wir müssen dann Jace für Ezreal spielen Aber Ezreal hat 1.8 Und Galo kann ich nicht verkaufen Surely brauchen wir ein besseres Einbild Hier Rage-Bed Statics Rage-Bed Statics, Archangel Rage-Bed Statics, Archangel Und dann Morello hier einfach Remover hier, Briar rein Jace rein für Ezreal Da sieht sich das scheiß an Das ist, wie es ist, ne? Steadfast Am besten nicht so schlecht Super neu, glaube ich Oh Scheiße Rage-Bed Statics Rage-Bed Statics Rage-Bed Statics Morallo Rumble Rumble Ist etwas hier? Ich hab Tarn-Peer Dabei kein Jace-Fy auch mehr, hässlich Ist jetzt fein Briar 1 Das Carry ist auch nicht so hart Nore-Items können wir auch geben Ich brauche Mana-Items, die zu Mana passen Ich muss Kamill auch denyen irgendwann Ist noch zu teuer Das ist mein Team. Das ist mein Team. Ihr habt einen Haufen Schild, ne? Nicht verbuggt. 700 Schild? Nicht verbuggt. Junge, wie viele Namys waren das? Aber wir haben halt trotzdem nicht stabilisiert. Ich kann es surely not Nami 3 machen. So, Protector's Avowed müssen wir jetzt irgendwie removen. Protector Emblem müssen wir instant Dings pushen. Einen Jays müssen wir behalten. Einen Jays, falls wir Protector Emblem hitten. Kann ich das nicht wegmachen? Läuft. Ein Ding ist nicht hitten. Ne, Heke für Nami. No, thank you. Das ist Troll oder nicht? Haha, das ist Troll oder nicht? Tarak muss in die Mitte. Kann nicht mehr rollen. Hopping. Das war Portal Hopping, my bad. Das war Portal Hopping, weil... Man braucht so 12 Gold oder so. Sicher. Okay, Charms da rein. Mal 6. Okay, Wow of Time irgendwann. Mal 6. Mal 6... Ich habe schon Morello. Archangel Adaptive. Mal 6. Ich muss mal 7. Mal 6. Mal 5. Mal 6. Mal 6. Mal 7. Ich habe schon Morello. Das ist 4 Gold, 4 Gold ist 4 Gold, ne? Eigentlich muss ich hier Wau hier rüber machen, irgendwann. Kalista, Kalista. Bad. Haha, das ist auch nicht gut, das ist auch nicht gut. Verhoffen, leider. Verhoffen, leider. Wauw, 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 ohm, ich muss mal 1-1 rumstellen, what the fuck, wauw? Steht da so? Haha, steht da so, 1-2-3 eigentlich. Das Team wird zerstört. Das war schon seit Okay, das war schon seit Okay, stell einfach so auf, dass mein Rice am besten beschützt ist Die kann jederzeit last second umstellen Dann ist auch egal, oder? Ist auch egal Wtf Ich schlubst mein Ding jetzt weg Dann kann ich mir der eine Ulti Ulti Kalista Hago We are big chilling I'm big chilling Okay Ich müsste doppel remove, ich hab einen Reforger Genau Muss ich das BT remove, ne? Muss ich das BT remove, ja Muss ich das BT remove und reforgen Und dann das Item aktivieren So, so Smolder So Emilio, Camille, Briar So, so So, so 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 Da kommt man oben rechts, loot von mir, one time, ich hasse dich Tha, Iron Kletz, gut gegen den theoretisch, und mein Tha muss den Ding jetzt mal ulten, was, army, komm, ulti nach oben, fuck, da ist noch eine fette ulti, komm mal, mum, 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 it's fine, chat, it's fine, ich habe nur Gold gesaved, it's not fine, it's not fine, it's not fine, by way, not fine, no, wait, da, don't even arm open, fuck, don't even arm open, buddy, Mordek, du alter Griever. Ob wir stehen gut oder nicht, da haben wir ulti nach oben links auf jeden Fall schon mal, come on, ulti nach oben links, muss ein, zwei links, ne, so ein, zwei links, ne, aber Nami ulti schon mal richtig, ist gut für uns, vielleicht reicht das aus, zu viele Units, fuck, Okay, oh, oh, oh sorry, just write in So. Mod 2. So. Okay. Let's go. So ein screenshot machen. Screenshot, not shot.